Ist ja traurig. Bei uns werden die in eine andere Hölle geschickt und sollen dann irgendwelche Monster töten. Aber wir stehlen auch eigentlich nicht. Oh gosh, die Menschen sind traurig. Ja, aber dann erklärt viel für eurem Verhalten, wenn ihr alle noch Kinder seid. Eure Verhalten macht jetzt viel mehr Sinn. Isarun ist 31. Das ist jetzt auch nicht wahr. Und zu groß. Wie alt bist du denn? Bist du denn wenigstens schon 45? Dafür, dass du 31 bist, hast du ganz schön wie eine Feige. Ich bin vor drei Tagen 36 geworden. Vor drei Tagen? Ist ja auch nicht alt. Aber immerhin halt Stücken. Sollen wir den Kuchen kaufen oder sowas? Oder einen Pilz? Oder ein Bier ausgehen? Wir könnten gerne ein Liedchen singen, wenn wir was singen wollen, alle man gemeinsam. Das ist das, was wir über uns noch viel übergebracht haben. Weil wir nichts viel hatten, haben wir gesungen. Wo waren wir denn vor drei Tagen? Auf dem Weg? Auf der Flucht durchaus, ja. Wir singen natürlich nicht so schlau gewesen, das stimmt. Wir können eine Runde Zwergen stapeln. Nun, damals hattet ihr vielleicht kein Geld, doch jetzt haben wir etwas. Geben wir euch doch ein Humpenbier aus. Das ist sehr freundlich. Wir sollten doch zumindest die paar guten Sachen, die wir erleben, feiern, oder? Ja, wie gesagt, deswegen sag ich halt. Sie geben uns eine schöne Erinnerung. Ja, aber immer auf deine nächsten 60 Geburtstage. Ha! Wie schaffst du doch mit links. Ja, wenn ich wirklich 96 Jahre alt werden sollte, das wäre schon schön. Aber das hat keiner bei uns aus der Familie geschafft. Ach! Geben wir ein starkes Zwergenbier, dann geht das schon. Ihr trinkt bestimmt einfach nur das falsche Bier. Deswegen bleiben bestimmt die alle so jung. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ja. Man kann es aber versuchen. Vielleicht ist es eine Erinnerung und vielleicht wird sie wirklich, dass ich etwas älter wäre. Ach, das kann schon schaden. Ich meine, das finden wir schon in bald 60 Jahren aus. Ich meine, das ist ja schon praktisch morgen. Jeder von euch darf einmal eine Heilkunde-Seele-Probe schmeißen. Jeder von euch. Wenn man sie nicht hat, was passiert dann? Ableiten über Menschenkenntnis plus 10. Okay. Genau, da dürfte Isarun, wenn sie möchte, einen Schicksalspunkt benutzen. Entweder für die ganze Probe oder nur für einen. Das kannst du dir überlegen. Zwei Würfel kannst du dir nicht benutzen. Alternativ, wenn du sowas wie hast wie Glück, kannst du natürlich auch Glück würfeln. Ach komm, ich sitze mal Glück ein, was schon mal Glück hat. Geburtstagsglück? Hab ich nicht. Ich benutze auch mal einen Schicksalspunkt um die 17 neu zu würfeln. Mal gucken. Ich würde dann die 19 neu würfeln. Genau. Da habe ich es sogar geschafft. Und mit der 9 passt das auch. Sind es da nur zwei THW, die du beisteuerst. Was ist mit oben? Abelmir und Jalan? Okay. Ihr habt ja natürlich die gleichen Probleme. Es ist halt unglaublich deprimierend. An eurem letzten Abend ein paar reine Pforten brechen. Nochmal so die letzten paar Wunden auf. Der Abend wird nicht besonders schön. Ihr gebt euch nochmal dem Bier hin. Wie viele Punkte hat der Torgosch? Äh, zwei. Der Bier ist zwölf. Achso, okay, das war Menschenkenntnis gut. Vielleicht kann man ja, wenn man genug trinkt, das mit Zechen ausgleichen. Ja, würde ich genehmigen. Ihr dürft alle mal eine Zechenprobe in der schmeißen. Der Abend wird wirklich nicht schön. Ähm, wie gesagt, ihr seid jetzt in Sicherheit in den weißen, weißen Landen, weiß-Tobrien. Das letzte Mal seid ihr nicht auf der Flucht. Und morgen geht es wieder weiter, gemeinsam mit dem Herzog. Und dann wartet wieder eine weitere Queste auf euch, dass ihr Luthisana von Pericum nach Gare bringt. Eigentlich hättet ihr Grund zu feiern, aber... So. Torgosch gibt sich dem Alkohol hin. Ömer wird irgendwann aufhören und dann mit Kopfschmerzen nach oben wanken, während Torgosch weiter und weiter trinkt. Und auch Iserun dürfte dem Alkohol standhalten. Ja, so als ehemalige Offizierin in der Reichsarmee ist man dann vielleicht doch das eine oder andere Soldatenbedürfnis gewöhnt. Ähm, sie wird dann auch relativ lustig. So locker habt ihr sie noch gar nicht gesehen. Ja, sehr schön. Was passiert denn da? Einfach, dass sie erstmal viel mehr lächelt, lacht, dann den einen oder anderen Schwank aus ihrer Zeit mit dem ersten kaiserlichen Garderegiment von Gare zum Besten gibt. Wie zum Beispiel irgendwelche Soldaten in den Pferdemist gefallen sind oder sich gekloppt haben. Sowas findet sie lustig. Alles klar. Gut. Damit passt jetzt wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ich vertiefe mich wieder so ein bisschen wertkonzentrierter, schreibe wieder einen Bericht, nipp immer wieder so am Wein. Ja, Torgosch stellt die Vermutung auf, weil ihr so wenig Alkohol verteilt, sterbt ihr auch so früh und glaubt jetzt, dass Iserun am längsten von euch allen leben wird. Wie wuchtend du. Naja, vielleicht, vielleicht wird sie doch 100. Ich glaube doch. Vertrieb das ganz gut. Schauen wir mal. Wir können ja zugucken, wie sie älter wird. Bis 100 habe ich noch Zeit. Ja, eine Regeneration, wenn ihr mögt. Wieder plus 1 durch die guten Betten. Und dann bricht ihr am nächsten Tage auf, gemeinsam mit dem Herzog und der Wulfengarde. Ich hätte vorher noch ganz kurz was zu tun. Ich laufe beim Herold vorbei, melde, dass Bosper tot ist. Und den Warnspruch jetzt, Oberhaupt meines Hauses zu sein, weil der Rest tot ist. Das wird so eingetragen. Gut. Treffe ich den Rest bei der morgendlichen Vorbereitung. Die Wulfengarde ist angetreten mit ihrem Wappen, dem zweiköpfigen, ja, Tier, dem Wappentier, was euch natürlich unglaublich widerlich wieder mal an Jolgomak und die zweiköpfigen Hunde erinnert. Die Hetzer von Sokramor. Die allerdings allesamt gestandene Kerle, die dann dem Herzog anvertraut sind. Und ja, so wird man die nächsten zwei Tage auf den Pferden in Richtung der Burg von Bernfried reiten. Immer noch kurz bevor wir losgeritten sind, 10 Dukaten an den Burotempel hier gespendet vor Ort schnell. Noch irgendwas, was ihr vor der Abreise tun wollt am letzten Tage oder geht's los? Vielleicht ein bisschen reiten üben? Könnt ihr natürlich tun, könnt auf dem Weg in den zwei Tagen. Wird nicht so viel passieren. Es geht die Straße nach oben rauf in die Berge. Viel Regen, vor allem dann hier, die es dann am Gebirge hängen bleibt, die ganzen Wolken. Und ja, man ist froh, dass es eben nicht schneit oder nicht mehr schneit, sondern dass es jetzt eben richtig Frühlingsregen ist. Zusammen mit dem Wind, der dann immer ein bisschen steidender wird. Das ist zwar kalt, aber nicht unangenehm. Ihr erwartet eigentlich den Sommer, dass es wieder warm wird. Irgendwas, was ihr tun wollt auf der Reise, außer reiten lernen, euch unterhalten, euch kennenlernen. Irgendeine spezielle Szene, die ihr auch spielen wollt. Magistra, sag mal, wenn wir, nachdem wir nur die Sonne an Garret abgebracht haben, geht ihr dann wieder zurück nach Tobrien? Nein. Nein, voraussichtlich nicht. Es ist so, dass Teile des Lichts immer für ein halbes Jahr nach Perrinefurten geschickt werden. Meine Zeit ist dort nun um. Magistra Gerstenkorn ist meine... Ich werde sehen, also unser Hauptordenshaus liegt natürlich in Garret, in der Akademie Schwert und Stab. Dort werde ich einfach auf meinen nächsten Auftrag warten. Ihr seid also auch nicht besser dran als wir, hm? Und einem Rat von einem Ende der Welt, uns nächste geschickt zu werden. Das ist wohl wahr. Das ist wahr. Aber dafür haben wir uns ja verpflichtet. Geschieht alles zum Wohl des Reiches, des Herzogtums und des Volkes natürlich. Ich hoffe, dass das Volk auch noch so sieht, wenn wir erstmal fertig sind. Das ist natürlich zu hoffen. Natürlich kann das einfach Volk nicht immer verstehen, was wir für Opfer auf uns nehmen müssen. Damit müssen wir leben. Ich wünsche am liebsten niemanden mehr zu opfern. Na gut. Machen wir weiter. Dann erhebt sich trotzig vor euch die Bergburg. Auf den Gipfeln, so heißt es, habe seit Alters her diese Befestigung gedroht, gestandene Grundsteine älter als Bosparan. Von Drachen erbaut. Zumindest sagt das immer wieder der Herzog. Und auch die Wolfengarde. Ob das stimmt? Wer weiß das schon. Ich werde wohl kaum den Herzog in Frage stellen. Also stimmt das wohl? Die Anlage ist unterteilt in eine obere und in eine untere Burg, wobei ihr dann erst in den erst größeren Burghof hineinreiten könnt. Der ein bisschen größer, ein bisschen höher gelegen ist und könnt da dann eure Pferde in Richtung des Stalles bringen, dort einziehen. Es ist wie gesagt auf der Reise unterwegs gar nicht so viel passiert. Das eine oder andere Mal, dass ein Axtbruch war bei einem der Proviant-Händler, die mitgefahren sind. Den konnte man dann allerdings ziemlich schnell wieder anheben. Er hattet viele Leute dabei, viele Leute von der Wolfengarde. Und der Herzog hat euch auch noch einmal gesagt, dass der eigentliche Grund, warum er jetzt hier hin möchte, er war lange nicht mehr hier. Und die Motivation, die Moral der Männer ist wohl während der Zeit, der er nicht hier war, ein bisschen in den Keller gegangen. Vor allem, weil es stetige Patrouillen gibt, stetige Wachen, die hier aufgestellt werden. Man ist sich diesem Angriff bewusst. Man könnte natürlich jederzeit immer noch aus Schwarztorien angegriffen werden. Und dann, wenn diese Burg fallen sollte, es berechnet wurden, umkreist und verloren. Und dementsprechend wird hier auch jeder der Personen, die hier anwesend sind, eingeteilt in eine Wache. Und solange ihr hier seid, wie genau lange, wisst ihr nicht genau. Ihr hattet ja erstmal eine zweitägige Anreise. Und wenn alles gut läuft, eine zweitägige Rückreise. Und sieben Tage ungefähr, so war der Turnus. Danach würde Luthisana wieder freigelassen werden, beziehungsweise von euch dann nach Garret gebracht werden. So der eigentliche Plan. Ihr rechnet mit drei Tagen anwesend hier, während ihr den Herzog weiter kennenlernen könnt, wenn ihr das mögt. Es gibt natürlich noch ein paar andere Anwesende, viele gezeichnete Männer, auch viele von seiner Familie, von Bernfrieds Familie, sind ja leider gestorben. Er musste dabei zusehen, wie nicht nur sein Vater, seine Mutter gestorben ist, seine Ehefrau und auch viele andere Familien, Bruder, Schwester. Er ist also quasi der letzte verbliebene Ehrenstein, wenn man mal seinen gefallenen Verwandten, den ihr auch kennengelernt habt, rausrechnet. Der jetzt sich als Herrscher von Schwarztobieren aufspielt. Den rechnen wir dann mal ganz großherzig raus. Ansonsten ist seine gesamte Familie verstorben. Ansonsten anwesend ist wohl gerade eine Draconiter-Prokuratorin, also irgendwie jemand von der Hesinde-Kirche oder Draconiter-Kirche. Zumindest ist das eine oder das gleiche irgendwie. Es gibt aktuell ein paar Anwesende, einen Erzabt, der hier wohl den Orden von Tobrien nur wie verwaltet. Es gibt ein paar Boron-Geweite, die sich hier niedergelassen haben, ein paar Golgariten, wenn man es genauer nehmen möchte, die ja eigentlich dem Kampf gegen Al-Anthar verschrieben sind, aber jetzt hier im dunklen Rabenturm hausen, um Untote zu bekämpfen, falls sie denn hier auftauchen sollten. Zusätzlich gibt es noch einen weiteren Gast, der vor ein paar Tagen eingetroffen ist, Dracodan von Misaquell. Das ist wohl auch ein Hesinde-Geweite in einer sehr alten Robe. Und natürlich viele aus dem Zeughaus, die da ihren Dienst tun. Ein paar Mägde, ein paar Stallburschen, sodass dann die Burg mit euch relativ voll wird. Genau, regenerieren dürft ihr ganz normal, alle, mit Ausnahme Jalan. Jalan regeneriert nicht. Jalan wird weiter von Albträumen geplagt, gequält. Der Schlaf ist dir nicht vergönnt. Das wird immer besser. Wenn wir da reinkommen, hau ich mal Tauke schon in der Seite an. Tauersch, guck dich das mal an. Äh, was ist denn? Ganz ziemlich großartig, oder? Burg, meint ihr? Ja, die Suppenküche nicht. Ich dachte, ihr meint das Pferd. Ja, die Befestigung sieht gut aus. Ist natürlich nicht unterirdisch. Bisschen anfällig gegenüber Drachenangriffen, aber sonst. Ich trete mal so gegen die Mauer. Stabil aus. Ist dir schon mal gefallen? Wisst ihr was darüber? Soweit ich weiß nicht. Zumindest nicht in der jüngeren Geschichte. Seht euch das mal an. Meint ihr, die kann man gut gegen Drachen verteidigen? Ist die Burg denn mit schweren Geschützen versehen, oder nicht? Weniger gegen den Drachenkampf ausgenehmt. Musst du tatsächlich feststellen. Sie mag gut und massiv sein, aber... Platz für viele Geschütze, aber sind keine drauf. Es fehlen die Geschütze. Wenn man die erstmal montiert... Gegen kleinere hätten wir dann durchaus eine Chance. Bei den großen wäre es dann immer noch nix. Die müsste man dann aber auch erstmal hier hochkriegen, oder? Ich dachte, hier kommt die aus der Gegend, oder nicht? Nein, die Geschütze müsste man hier hochkriegen. Ja, aber das mit so einem erfahrenen örtlichen Kunden wie euch... Sollte das doch wohl gelingen, oder nicht? Ich komme ein bisschen weiter südlich aus den... ...eher aus den flacheren Gebieten. Ist eure Festung denn wenigstens mit Geschützen versehen? Diese Schnapp-Armor, von dem ihr ständig redet. Warum sind da keine Geschütze montiert? Nicht mehr. Wer bin ich euch da zu richten? Der Herzog ist noch einmal an euch herangetreten, während ihr von einem Stallburschen eure Pferde habt abnehmen lassen. Natürlich wird das vom Herzog erstes versorgt. Er tritt dann nochmal an euch heran, während er seinen Rucksack nochmal weitergibt. Es tut mir leid. Ist es für euch in Ordnung, wenn ihr mitunter die Wachen verstärkt? Wir haben, wie gesagt, ein bisschen mit der Moral zu kämpfen. Ich werde dem dementsprechend noch ein kleines Schwerturnier in ein paar Tagen veranstalten, um weiter die Moral zu erhöhen. Ein paar Bierfässer, die später noch verdünnt rausgegeben werden. Ein paar Dinge, die eben noch anstehen. Ist es für euch in Ordnung, dass ihr die Wachen übernehmt? Aber selbstverständlich doch, euer White. Wir tun was auch immer wir können, um zu helfen. Gut. Wenn ihr irgendwas braucht, ihr könnt natürlich die Rondra-Kirche mitbenutzen. Ihr habt Zugang zumindest zu der kleinen Bibliothek. Die große, das grüne Skriptorium, ist wohl nicht freigegeben. Und auch der Rabenturm soll von den Golgariten genutzt werden. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann kommt ihr entweder auf mich zu oder auf meine Weibel. Werdet ihr sicherlich finden. Aber natürlich. Vielen Dank, euer White. Gut. Ich komme in ein paar Stunden nochmal auf euch zu mit weiteren Befehlen, Aufgaben, damit ihr hier nicht so nutzlos rumsetzt. Ich muss mich jetzt erstmal um die anderen Leute kümmern. Und damit geht ihr ab ohne eines Grußes. Oh ja, oh ja, oh ja, was denn? Wie hält man denn als Soldat so Wache, denn ich kenne das nur von unseren Lagerfeuern-Sitzungen. Im Grunde läuft das genau gleich, nur solltest du dich ein bisschen weniger unterhalten, wenn die Offiziere in der Nähe sind. Aber und zu sehen, dass das Feuer anbleibt. Und nicht anpennen, der anpennet wird aufgeknüpft. Okay, woran erkennt man Offiziere? Pass auf. Siehst du den da drüben? Mit den bunten Streifen auf der Schulter. Ja genau, diese Freundschaftsbänder. Ja, und den da drüben an der Scherpe. Siehst du den auch? Auf die beiden musst du achten. Okay. Gut. Okay. In der Regel die, die mehr dekoriert sind. Ansonsten grüße einfach alles. Im Notfall fühlen sie sich einfach nur geschmeichelt und lassen nicht in Ruhe. Moin, Männer! Ihr seid die Neuen. Ihr seid gar nicht in Rüstung. Kommt ein Wachmann auf euch zu. Ach, ist wohl irgendein Mannschaft da. Gebt euch die Hand. Schwitzt sich ein bisschen. Ich bin Okdan. Also Irma trägt tatsächlich eher eine Lederrüstung. Eher ja eine Lederrüstung? Ja, genau. Kein Wappenrock und das komplette Lederzeug. Okay. Ich bin Okdan. Mann, habt ihr ein paar Gerüchte für mich? So, wenn ihr jetzt gerade von unten kommt, ich gehe mal davon aus, mit den anderen Wachen kannst du nicht erst mal reden. Die wollen erst mal ankommen und sich auch hier die Spinde wieder einräumen. Was seid ihr denn für Leute? Ich bin Ritter Greifen und das ist mein Gefolge. Wir begleiten seine Hoheit für einige Tage. Spannend. Was habt ihr in so einen Gerüchten mitgebracht? Gibt es irgendwas Neues? Man hört zu wenig von unten. Ich habe ja gehört, die militärischen Erfolge im letzten Sommer. Das war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Immer wieder heißt es, der Feind steht kurz vor der Erstürmung von Ebelried. Stimmt das? Sind ich vor Ebelried? Der Feind steht seit fünf Jahren kurz vor der Erstürmung von Ebelried. Solange jeder mutigen Herzens ist und die Geschütze geladen bleiben, kommen die da nicht rüber. Es gibt ein paar Gerüchte, dass Galota seine Eroberungspläne noch nicht aufgegeben hat. Es ist nur so ruhig, weil er die Kräfte sammelt, um das Mittelreich zu schlagen. Stimmt das? Galota ist ein halb wahnsinniger Irrer. Und ich müsste keine Angst haben. Haltet einfach den Rücken steif. Und dann wird das schon. Er geht so ein bisschen weiter auf die drei Magier zu, schaut sich so ein bisschen die Rücken an. Ihr seid keine Soldaten, oder? Nein, gut erkannt. Nein, Offizierin. Leutnant Adept Schafferns Vogelsen. Aber mir, ihr Morines. Leutnant, ihr seid Kriegsmagierin. Mhm. Könnt ihr mir was über so Xeran sagen? Die Leute sagen so früher oder später würde was passieren. Und dass die wohl Krieg haben. Galota und Rassasor und Xeran kämpfen sich so. Stimmt das? Das halte ich für durchaus möglich. Immerhin sind alles sehr machtgierige Menschen. Beziehungsweise Drachen. Dass sie sich nicht unbedingt miteinander verstehen. Nur weil sie vielleicht gegen die zwölfgöttlichen Lande streiten. Drachen? Das ist durchaus denkbar. Wieso Drachen? Azatsu. Ist das ein Drache? Mhm. Ach, das ist ein Drache. Jetzt ergibt das plötzlich Sinn. Ach so. Er schreibt sich ein bisschen über seinen stoppligen Bart. Guckt zu Tore. Was meint ihr damit, es macht Sinn? Wusstet ihr das nicht? Nö, sagt doch keiner. Heißt immer Galota und Rassasor und Xeran. Und bei dem Namen denk ich doch nicht an den Drachen. Na gut, jetzt macht das Sinn. Okay, Drachen würde ich auch nicht kämpfen wollen. Ach, ich hab gehört, die sind alle beschäftigt mit irgendwelchen Turnieren und die sind viel zu selbst beschäftigt, um gegen uns zu ziehen. Ja, ich hab schon gehört, der Herzog will bald ein Turnier machen. Kommt dann hier jemand zu Besuch? Apep oder so? Und das weiß ich noch nicht, wer hier zu Besuch kommt. Ja, wir müssen mal gucken. Wir werden abwarten müssen, was der Herzog sagt. Okay. Gut, dann schade. Habt ihr noch irgendwas, was ihr mir erzählen wollt? Pireine Furten ist gewachsen und kommt immer besser zurecht. Das sieht wirklich gut dort mittlerweile aus. Nee, so schlimme Nachrichten wollte ich wissen. Das ist ja spannender, als wenn ein Dorf wächst. Achso, dann kann man besser Angst verbreiten in den anderen Wochen. Man muss sich ja auch wachhalten. Ich kann denen ja nicht erzählen, hey Mensch, hast du gehört, Pireine Furten ist gewachsen. Guter Mann, ihr solltet euch glücklich schätzen, dass es Pireine Furten so gut geht. Ja, mach ich auch. Vielleicht bittet ihr einmal die Herrin Pireine um Verzeihung, für solche lästerlichen Worte, schlimme Nachrichten zu erhoffen. Oh, so hab ich da gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte ja nur Gerüchte haben, gar nicht so. Pireine, es tut mir leid. Das war aber wenig überzeugt. Ist das nicht die Herrin Trabian, die gegen Zwist und Hada kämpft? Dann weiß es die Herrin Pireine, als zu deren Ehre die Stadt benannt wurde. Ja, dann okay. Gut. Dann sehen wir uns ja bei der Wache und so. Ja, werden wir. Gewiss. Ja, kriegt nochmal ein kleines Steinchen vom Hof weg und dann seid ihr nicht unbedingt alleine, aber die Leute um euch herum, Mägde, Stallburschen, haben viel zu tun, sodass ihr jetzt immer noch im Innenhof steht. Kleine beeindruckende Festung, riesig sogar dafür, dass sie hier in den Bergen steht. Und wir sollten zusehen, dass wir anquartiert sind, sobald unsere Befehle ankommen. Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir Wachdienst schieben werden, nachdem ich gehört habe, weswegen wir mitgekommen sind. Naja, Wachdienst ist auch wichtig. Bis jetzt hat sich noch kein Drache blicken lassen, nicht wahr? Ja, vielleicht sollte ich es nicht haupt, ja. Richtig. Danken wir lieber Fax und allen guten Göttern dafür, dass es bis jetzt ruhig ist. Nun gut, nun gut. Nehmen wir zu, dass wir ein Quartier bekommen, die Pferde verstaut sind. Und das ist das erste Mal was zwischen die Zähne kriegen. Ja, so geht ihr in Richtung der Speisekammer, beziehungsweise da, wo dann gespeist wird. Und bekommt da dann auch zu euer Freude frische Vorräte, die dann mit auf dem Wagen verladen waren, die dann direkt verkocht werden. Natürlich, um die Moral zu steigern. Es gibt ja auch dann nicht nur einfach einen Kohl, sondern noch Fisch, der dann aus Valusa mitgebracht worden ist. Und irgendwelche anderen Meerestiere. Das gute, gesunde Zeug, was dann eben auch mit einem ziemlich guten Koch verarbeitet worden ist. Also, dass ihr hier dann mit etwas Bier, etwas Wein für dann die hohen Herren, die Adligen, gereicht wird. Sitzt ihr in einem großen Saal. Viele Wachen neben euch, auch ein paar Mägde. Wenn sie dann die Arbeit getan haben und sich dann irgendwo dazusetzen, dann die große, große, lange Tafel, auf deren einen Ende der Herzog sitzt. Ja. Dann beginne mal. Vielen Dank.